Der Survivor R, das neuste Panzerfahrzeug der deutschen Polizei. 6,9 Liter Maschine, Allradantrieb, Panzerstahl. Jetzt ist der neue Sonderwagen im harten Polizeieinsatz. Der geschützte Transport von Einsatzkräften, das ist der wichtigste Einsatzzweck. Deutschland 1919. In den blutigen Revolutionskämpfen kommt zum ersten Mal ein neues Fahrzeug zum Einsatz. Der Panzerkraftwagen. Wenn man dann angekommen ist, sind die Panzer auch wirklich im Kampf eingesetzt worden. Wir reden wirklich davon, ranzufahren, das Feuer zu öffnen oder sogar durchzufahren. Die Fahrzeuge sind dafür designt, von der Rahmenkonstruktion her durchbrechen zu können, durch Barrikaden beispielsweise. Im Kalten Krieg spitzt sich die Lage immer mehr zu. Neue Bedrohungen erfordern ein schlagkräftiges Einsatzfahrzeug. Wenn also Kräfte an einen Einsatzort herangeführt werden müssen und es dort die Gefahr besteht, dass biologisch oder chemisch etwas passieren könnte, dann müssen wir gerüstet sein. Seit Ende der 60er Jahre verändern sich die Einsatzbedingungen für die Polizei grundlegend. Die Gewalt auf der Straße erreicht eine neue Dimension. So eine Kleinigkeiten wie zum Beispiel Molotow-Cocktails, wenn die das Fahrzeug treffen, machen dem Fahrzeug überhaupt nichts aus. Steine, Schüsse, Sprengsätze, Terrorismus und gewaltsame Angriffe prägen die Einsätze der Polizei. Bei unfriedlichen Demonstrationen hat man also mit einer Zwille auf dieses Fahrzeug geschossen. Und die Bedrohungen nehmen immer weiter zu. Insbesondere die Kalaschnikow. Diese kann einfach die alte Panzerung der alten Sonderwagen durchschlagen. Dies ist die Geschichte eines der spektakulärsten Panzerfahrzeuge und die seiner hundertjährigen Geschichte. Rollende Festungen aus Panzerstahl. Sonderwagen der Polizei. Kassel. Standort von Rheinmetall Defence. Ein traditionsreicher Ort. Das Unternehmen ist der größte Rüstungskonzern Deutschlands. Seit mehr als 100 Jahren werden hier Waffen und Panzer produziert. Und auch der Survivor R. Ein gepanzertes Transportfahrzeug für Sicherheitskräfte. Die Basis des Survivor ist ein handelsüblicher MAN-Lkw. Darauf montiert Rheinmetall einen gepanzerten Aufbau. Das Resultat ein geschütztes Einsatzfahrzeug. Die Besonderheit des Fahrzeugs liegt natürlich in dem gepanzerten Aufbau. Angefangen, hier vorne sehen wir schon eine gepanzerte Motorhaube. Die Zielgruppe des Survivor R sind Polizei, Militär und Grenzschutz. Für sie ist das Fahrzeugkonzept maßgeschneidert. Ein 6,9 Liter Dieselmotor beschleunigt den Wagen bis zu 100 Stundenkilometer. Die Besatzung kann Gräben von knapp einem Meter überwinden und Steigungen von 60 Prozent bewältigen. Grundsätzlich ist der Aufbau in einer Monocoque-Bauweise aus einem Stück gefertigt, eine Schweißkonstruktion aus Panzerstahl. Und dort schrauben wir dann auf diesen Panzerstahlaufbau nochmal zusätzliche Schutzelemente auf dieses Monocoque auf, um die Schutzstufen entsprechend der Kundenanforderungen anpassen zu können. Der Sonderwagen ist besonders dafür konzipiert, Spezialkräfte sicher zu ihrem Einsatzort und wieder zurückzubringen. Der Survivor R bietet Schutz gegen ballistische Bedrohungen, vom Pistolenschuss bis hin zu Schnellfeuergewehren. Seine Panzerung besteht aus einem Schottaufbau aus mehreren Schichten Panzerstahl. Während bei 4 Millimeter Panzerstahl das Geschoss glatt durchgeht, wird es bei der 8 Millimeter Panzerung aufgehalten und verformt sich. Beim neuen Survivor R kommen ganz unterschiedliche Materialien zum Einsatz, vom klassischen Panzerstahl bis hin zu hochmodernen Keramikverbundwerkstoffen. Dadurch werden extrem hohe Schutzstufen erreicht. Ein seitlicher Splitterschutz wird durch in den Türen verbaute sogenannte Splitterschutzleine erreicht. Ein Material ähnlich wie das der Körperschutzwesten der Einsatzkräfte. Um auch gegen Sprengfallen geschützt zu sein, ist unter dem Survivor R ein zusätzlicher Deflektor verbaut. Auf die Konstruktion schraubt der Hersteller je nach Bedrohungslage und Kundenwunsch noch zusätzliche Schutzelemente auf. Dadurch können die Schutzstufen individuell angepasst werden. Innen bietet der Survivor R Platz für maximal 11 Personen. Die Einzelsitze sind minensicher aufgebaut. Sie sind ausschließlich am Dach des Fahrzeugs befestigt und dadurch von Boden und Seitenwand getrennt. Besonders bei Ansprengungen geben sie so extrem wenig Impuls an die Besatzungsmitglieder ab. Zwischen den beiden Sitzreihen ist Platz für eine Verwundetentrage, um Verletzte bergen zu können. Auffällig am Survivor R sind die vielen Fenster. Eigentlich ein eher leichtes Ziel für Angreifer. Wir haben alle Scheiben in diesem Fahrzeug schusssicher ausgeführt, im gleichen Schutzniveau wie auch die Panzerung des Fahrzeuges. Das sind also sehr starke Panzerglasscheiben, die aus verschiedenen Schichten und verschiedenen Materialien zusammen laminiert werden, trotzdem gute optische Eigenschaften bieten. Durch die großen Scheiben ist eine gute Sicht aus dem Fahrzeug noch außen möglich. Die alten Sonderwagen verfügten nur über kleine Sichtluken. Dadurch war es kaum möglich zu sehen, was um das Fahrzeug herum geschieht. Die Dachluke hat mehrere Funktionen. Gerade bei Ansprengungen kann solch ein gepanzertes Fahrzeug auch auf die Seite fallen. Ein Ausstieg durch die schweren gepanzerten Türen wäre dann unmöglich. Das ist also wirklich ein Notausstieg. Aber selbstverständlich kann ich ihn auch nutzen, um an den Dachaufbau heranzukommen. Üblicherweise ist auf dem Fahrzeugdach sehr viel Polizeiequipment von Kameraausstattung, aber auch bis hin zu aktiven Wirkmöglichkeiten ausgestattet das Fahrzeug. Und um an das Dach heranzukommen, gehe ich eben auch über die Notausstiegsluke oder die Beobachtungsluke. Ich kann auch Besatzungsmitglieder oben aus dem Fahrzeug herausschauen lassen, um aus einer erhöhten Position eine gute Übersicht zu erreichen. Der Survivor R ist das neueste Produkt in der mehr als 100-jährigen Geschichte der deutschen Polizei Sonderwagen. Damals wurden sie noch als Panzerkraftwagen bezeichnet. Ein Blick zurück in die bewegte und äußerst spannende Geschichte dieser Fahrzeuge. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wird 1918 die Regierung des Kaiserreichs gestürzt. Die öffentliche Ordnung bricht zusammen, Deutschland wird erschüttert durch die Revolution. In den folgenden Jahren kommt es oft zu bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen. In diesen Gefechten sind Maschinengewehre das A und O. Damit lassen sich ganze Straßenzüge beherrschen. Freikurs und Reichswehr greifen auf Panzerwagen zurück, um die bewaffneten Aufständischen zu bekämpfen. Die ersten dabei eingesetzten Straßenpanzer stammen aus dem Ersten Weltkrieg. Sie haben in der Regel zwei Maschinengewehre und sind gepanzert, um die Besatzung zu beschützen. Wohnen und mobil. Perfekt für den Straßenkampf. Wenn man dann angekommen ist, sind die Panzer auch wirklich im Kampf eingesetzt worden. Also die sind relativ kugelsicher gegen die normale Munition der damaligen Zeit. Das heißt, man konnte mit denen wirklich nach vorne fahren, man konnte Plätze beherrschen, man konnte Durchbrüche machen. Dienstvorschrift sagt, dass besonders Widerstandsnester dadurch auszulegen sind. Also wir reden wirklich davon, ranzufahren, das Feuer zu öffnen oder sogar durchzufahren. Die Fahrzeuge sind dafür designt, von der Rahmenkonstruktion her durchbrechen zu können, durch Barrikaden beispielsweise. Und wenn dann die Ruhe wieder hergestellt ist, wie es so schön hieß, dann waren die zum Patroniendienst da. Das heißt, damit ist man wirklich durch die Straßen gefahren und hat tatsächlich Leute, die sich nicht an Ausgangssperren gehalten haben, im besten Fall verhaftet. Im schlechtesten Fall direkt von der Straße geschossen. Das Deutsche Panzermuseum in Munster. Hier stehen verschiedenste Panzer und Panzerfahrzeuge aus allen Epochen. So auch einer der wenigen erhaltenen Panzerkraftwagen aus der Zeit der Novemberrevolution und der Folgejahre. Vom Daimler DZVR werden bis 1920 31 Exemplare gebaut. Das Fahrzeug hat 100 PS, Allradantrieb und Rückwärtslenkung. Als Fahrgestell wird das einer Artillerie-Kraftzugmaschine aus dem Ersten Weltkrieg verwendet. Die Bewaffnung von zwei MG 08 ist in diagonal angeordneten, auf Kugellagern laufenden Drehtürmen untergebracht. Um Gewicht zu sparen, wird als Panzermaterial hochwertiger Chrom-Nickel-Stahl verwendet. Auch der Fahrzeugboden ist gepanzert und bietet so Schutz gegen Handgranaten und Splitterbomben. Der Sprit, die Munition und so weiter im Häuserkampf muss ja geschützt werden. Und eine Eigenart des Fahrzeuges war, dass es schon unten komplett unterpanzert war. Der Panzerschutz des Fahrzeuges geht von 12 Millimeter an entscheidenden Stellen wie hier vorne, über 7 Millimeter, unten dann zu Panzerplatten mit 4 bis 6 Millimetern. Aber wie gesagt, dass sie überhaupt da waren, gegen Sprengladung, gegen Fallen, gegen Minen, auch zu der Zeit schon erst improvisierte Minen, das ist ein sehr fortschrittliches Merkmal gewesen. Der Vierzylindermotor mit rund 12 Liter Hubraum leistet 100 PS. Direkt vor dem Motor liegt der Kühler. Er ist überdimensioniert, denn wird mit gepanzerten Kühlerschutz gefahren, wird der Motor schnell heiß. Ein Nachfüllen des Kühlers aus dem Inneren des Fahrzeugs ist möglich. Auch Notfallreparaturen am Motor können so im Einsatz unter Panzerschutz erledigt werden. Ausgestattet mit fünf Vorwärts- und Rückwärtsgängen kann der Panzerwagen rund 350 Kilometer weit fahren. Daimler verwendet Holzspeichenräder, die bei Bedarf durch Bleche gepanzert werden. Die eisenbereiften Räder erhalten schon bald eine Vollgummibereifung. Für den Straßenkampf ist das Fahrzeug aus damaliger Sicht so bestens gerüstet. Hier hinten am Fahrzeug ganz spannend dieselbe Klappe wie vorne beim Fahrer, weil dieses Fahrzeug in beide Richtungen lenkbar ist. Das Fahrzeug ist so aufgestellt, dass vorne ein Fahrer sitzt und hinten sitzt noch ein Fahrer. In einer echten Krisensituation konnte ganz einfach umgeschaltet werden und der Rückwärtsfahrer konnte sofort mit Vollgas aus der Situation herausfahren. Der Kommandoturm überragt die beiden MG-Türme und ist so hoch, dass der Kommandant aufrecht stehen kann. Dadurch hat er einen guten Rundumblick. Die abgeschrägte Turndecke lässt aufgelegte Handgranaten wirkungslos abrollen. Der Daimler DZVR ist der erste Straßenpanzerwagen, der ausschließlich für Polizeieinheiten gebaut wird. Alle Sonderwagen dieses Modells waren in den Krisenjahren der Weimarer Republik, also 1918 bis 1923, diese Übergangs- und Bürgerkriegsphasen ständig im Einsatz und überall. Die waren von hoher Wichtigkeit. In den Friedensjahren ist ihre Bedeutung naturgemäß zurückgegangen, weil eben Ruhe war in der Weimarer Republik, relativ gesehen. Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten und mit dem Aufstieg vor allen Dingen der SA auf der Straße und dem Rotfront-Kämpferbund werden die wieder wichtig, weil es plötzlich wieder große Gruppen gibt, die zu beherrschen sind, die zu beherrschen gilt. Deswegen kommen die wieder mehr in Einsatz. Als dann die Nationalsozialisten an die Macht kommen, werden die Fahrzeuge noch weiter benutzt im Polizeidienst eine Zeit lang, später bei der Wehrmacht. Und sie sind dann bis 1945 noch im Staatsdienst mindestens. Es gibt die Mythos, die Legende, dass eins dieser Fahrzeuge noch bei der Verteidigung der Reichskanzlei eingesetzt wurde. Ich bin da sehr skeptisch. Das klingt mehr nach so einem Apokalypse-Mythos, weil es so wunderbar zusammenpasst. Dieses alte Kaiserfahrzeug, noch aus der Revolution geboren, im Untergang dann 1945 vernichtet. Es gibt ein Foto, wo so ein Fahrzeug in den Ruinen steht. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt der Kalte Krieg. Und mit ihm die Sorge um die Sicherheit an der innerdeutschen Grenze. Und als der Bundesgrenzschutz dann in Westdeutschland anfängt und sagt, wir brauchen auch ein Fahrzeug, dann übernehmen sie von den Alliierten den sogenannten M8 Greyhound, also wieder ein Aufklärungspanzer. Und so schließt sich der Kreis, weil dann der junge Bundesgrenzschutz als eine polizeiliche Organisation militärischen Erscheinungsbildes ein Militärpanzer bekommt, um wieder polizeiliche Aufgaben zu erfüllen. Also es ist ein großer Kreislauf in der Zeit. Nachdem sich 1951 die Sicherheitslage zwischen den beiden deutschen Staaten immer mehr zuspitzt, beschließt die Bundesregierung die Gründung des Bundesgrenzschutzes, kurz BGS. Nach den Erfahrungen mit den Unruhen und Straßenkämpfen nach dem Ersten Weltkrieg wird beschlossen, die neu geschaffenen Polizeiverbände mit gepanzerten Fahrzeugen auszurüsten, aus denen heraus auch geschossen werden kann. Es entsteht der Sonderwagen 1. Entwickelt wird der SW1 als Gruppentransportfahrzeug ohne eigene Bewaffnung. Er soll geländegängig und wendig sein und Schutz gegen ABC-Waffen bieten. Allradantrieb und eine große Bodenfreiheit stehen ebenso im Lastenheft des ersten deutschen Sonderwagens nach dem Zweiten Weltkrieg. 1961 ist die Entwicklung des SW1 abgeschlossen. Insgesamt werden 450 Sonderwagen 1 an den BGS ausgeliefert. Die Berliner Polizei erhält bis 1964 29 der geländegängigen Sonderwagen. Von diesen Fahrzeugen sind heute nur noch fünf erhalten. Eines dieser äußerst seltenen Exemplare befindet sich im Besitz der Polizeihistorischen Sammlung der Berliner Polizei. Bernd Maas war in den 60er Jahren selbst Ausbilder am Sonderwagen 1 und kennt das Fahrzeug in- und auswendig. Es gab natürlich am Anfang schon ein Pflichtenheft, wo man sich gesagt hat, das muss er also leisten. Er musste also einmal leisten, dass eine komplette Gruppe in den Einsatzort hineingefahren werden kann. Und natürlich damals auf den neuesten Stand. Neuster Stand bedeutet Anfang der 60er Jahre zuschaltbarer Allradantrieb, Allradlenkung, Sperrdeferenziale vorne und hinten. Der Aufbau besteht aus einer bis 12 mm starken selbsttragenden Wanne aus Panzerstahl. Eine Besonderheit ist, dass sich der Motor hinten links befindet. Motorisiert ist der SW1 mit einem 8-Zylinder-Kreisler-Aggregat. Der Verbrauch liegt bei 40 Litern auf 100 Kilometern. Auch von unten ist das Fahrzeug ausreichend gegen Minen geschützt. Bei Polizei und BGS werden im Laufe der Zeit die SW1 mit Blaulicht ausgestattet und der jeweiligen Beschriftung Polizei oder Bundesgrenzschutz versehen. Eine Sonderwagengruppe besteht aus sechs Polizisten. Diese wird intern als Gruppe SW1 bezeichnet. Zu ihr gehören der Kommandant, vier Schützen und der Kraftfahrer. Für den Sonderwagen 1 werden schon ab 1969 zusätzlich Absperrgitter gefertigt, um die Sonderwagen auch beim Einsatz gegen unbewaffnete Demonstranten, von der Polizei Störer genannt, einsetzen zu können. Auch ein Räumschild und ein Ramdown gehören zur Zusatzausrüstung. Damit können Häuserwände, Türen oder Mauern eingedrückt werden. Was ganz wichtig ist, wir konnten aus diesem Fahrzeug herausschießen. Wir haben oben zwei Längsklappen, eine rechte und eine linke, die geöffnet werden konnte. Und diese Öffnung hatte nochmal die Möglichkeit, dass wir hier an einer Lafette ein Maschinengewehr montieren konnten. Das MG3 ist ein Maschinengewehr des deutschen Waffenherstellers Rheinmetall. Verwendet wird die NATO-Munition 7,62x51. 1965 wird das MG3 als Standardmaschinengewehr bei der Berliner Polizei eingeführt und gehört bis 1991 zur Ausstattung. Obwohl der Einsatz von Schusswaffen aus dem Fahrzeug heraus nicht die Regel sein soll, sind trotzdem drei Schießklappen angebracht. Aus diesen heraus könnte sich die Besatzung des Sonderwagens verteidigen. Die SW1-Züge werden auch zur Verstärkung von Polizeiketten eingesetzt. Wasserwerfer drängen parallel Demonstranten zurück. Das Zusammenspiel von Sonderwagen und Wasserwerfern wird daher intensiv geübt. In taktischer Ausbildung ist ja immer, es wurde ein SW1 nie alleine eingesetzt, sondern mehrere in einer Gruppe. Und es ist genau dann vorgeschrieben, die Vorgehensweise zu einem Einsatzort wird dort genau beschrieben, wird dort geübt. Das Absitzen wird geübt. Dann das Schießen aus dem SW1 wird geübt. Und was ganz wichtig ist, Bergen von Verletzten. Und das waren eigentlich die Faktoren, die also immer regelmäßig geübt wurden. In besonderen Lagen ist auch der Abtransport von Verletzten notwendig. Insbesondere dann, wenn Krankenwagen nicht durchkommen. In jedem SW1 befindet sich daher eine Krankentrage. Und zur Ausbildung der Sonderwagenbesatzungen gehört auch der behelfsmäßige Transport von Verletzten. Der SW1 hat auch eine Spezialklappe. Wenn ein Aussteigen aus den Seitenluken oder der oberen Heckluke nicht möglich ist, wird ausgebotet. Das ist hier unten eine Klappe. Die Klappe konnten wir öffnen, das heißt verletzte Polizisten konnten hier hineingezogen werden in diesen Innenraum. Das war also ganz wichtig. Und dann haben wir hier hinten noch einen ganz normalen Ausstieg. Für die Polizisten ist der Einsatz mit dem Sonderwagen 1 ein klarer Vorteil. Mit ihm können sie gesichert an den Einsatzort fahren, verletzte Bergen und Objekte schützen. Doch das Jahr 1967 stellt für die westdeutsche Polizei einen Wendepunkt dar. Der Scharbesuch und Hausbesetzungen mit verletzten Polizisten sind ein Zeichen dafür, dass die Zeit für den unbewaffneten Sonderwagen 1 abgelaufen ist. Es war damals schon ein Fahrzeug, was den Anforderungen schon entsprochen hat. Und ich war selbst Ausbilder bei diesem Fahrzeug. Und es hat Spaß gemacht, mit diesem Fahrzeug zu fahren, weil er robust war, geländefähig. Und man hatte das Gefühl, in einer gewissen Sicherheit zu leben. Und das ist ja ganz wichtig. Und das war damals wichtig in den 60er Jahren. Schon 1964, kurz nach Auslieferung der letzten SW1, an den Bundesgrenzschutz, entsteht der Sonderwagen 2. Er soll der eigentliche Panzerwagen für Polizei und BGS werden. Am SW2 können ein Maschinengewehr und eine Nebelwurfanlage am Turm angebaut werden. Die Besatzung verfügt über Pistolen und MP5-Maschinenpistolen. Im Gegensatz zum SW1 verfügt er über eine eigene Waffenanlage im Turm. Die 20 mm Maschinenkanone kann bis zu 1000 Schuss pro Minute abgeben. Hier schließt sich erneut der Kreis zum modernsten Sonderwagen, dem Survivor R, bei dem eine modulare Waffenstation, die per Joystick aus dem Innenraum bedient werden kann, zurüstbar ist. Doch wie wird so eine rollende Festung gebaut? Das Fahrgestell wird bei MAN gefertigt. Basis ist ein TGM-Fahrgestell mit einem Gesamtgewicht von 18 Tonnen, das auch bei herkömmlichen Lastwagen verwendet wird. Der Rahmen wird zusätzlich verstärkt. Achsen und Getriebe entsprechen der Serie. Danach wird der Motor eingebaut. Ein 340 PS starker Turbodiesel. Im Anschluss werden die Räder montiert. Das Fahrwerk verfügt über robuste Blattfedern und zusätzliche Dämpfer an Vorder- und Hinterachse. Bei Rheinmetall-Defense wird nun die gepanzerte Kabine auf das angelieferte Fahrgestell montiert. Zusammen mit dem gepanzerten Aufbau verbindet nun der Survivor R Großserientechnik mit modernster Schutztechnologie. Das gepanzerte Monocoque wird jetzt mit verschiedensten Schutzelementen auf die Kundenwünsche angepasst. Auch eine Schutzbelüftung gegen atomare, biologische und chemische Kampfstoffe ist möglich. Die Panzerung des Fahrzeugs besteht aus Panzerstahl und modernen Keramikverbundwerkstoffen. Sie hält so beschissen eines Sturmgewehrs Kalaschnikow AK-47 und sogar des Scharfschützengewehrs Dragunov Stand. Die laminierten Panzerglas-Scheiben sind ebenfalls schusssicher und bieten dasselbe Schutzniveau wie die übrige Panzerung. Auf dem Dach des Survivor R wird je nach Einsatzzweck Polizeiequipment verbaut. Das sind Blaulicht, Sirenen, Kameraausstattungen bis hin zu aktiven Wirkmöglichkeiten wie einer Abschussanlage für Nebelgranaten oder Tränengas, sowie einer Waffenstation zum Selbstschutz gegen Luft- und Bodenangriffe. Nach dem kompletten Umbau kostet ein Survivor R je nach Ausstattung dann bis zu einer Million Euro. Auch der Innenraum wird nach Kundenwunsch eingerichtet. Ein Highlight dabei sind die entkoppelten, minensicheren Sitze. Die Sitze sind aufgehangen an der Decke, um der Besatzung den bestmöglichen Schutz bei lateralen Ansprengungen oder auch Ansprengungen von unten zu bieten. Die haben also keinen Kontakt zum Boden des Fahrzeugs oder zur Seitenwand vom Fahrzeug, sondern sind auf extra Gestellen von der Decke abgehangen. Auch der gesamte Motorraum des Survivor R ist gepanzert. Die Motorhaube ist aus schwerem Panzerstahl und wiegt alleine rund 300 Kilogramm. Um sie zu öffnen, kommt eine manuelle Hydraulik zum Einsatz. Über einen Schalter kann öffnen oder schließen gewählt werden. Angetrieben wird das Fahrzeug über einen knapp 7 Liter MAN-Reihen-Sechszylinder-LKW-Motor. Im Survivor R leistet er 340 PS und hat ein sehr hohes Drehmoment von 1250 Newtonmeter im gesamten Drehzahlbereich. Doch Schluss mit der Theorie. Zeit zu testen, was der Sonderwagen Survivor R wirklich kann. Dazu geht es vorbei an den alten Werkszahlen direkt zur hauseigenen Teststrecke. Hier werden alle Militärfahrzeuge von Rheinmetall Defense auf Herz und Nieren geprüft, bevor es für sie in den harten militärischen Einsatz geht. Auch für den Survivor R wird es nun ernst. Ich fahre jetzt an den 60%-Tagen. Das ist ein Test für unsere Fahrzeuge. Das Gelände in Kassel ist ein enormer Belastungstest. 60% Steigung schaffen nur ganz wenige Fahrzeuge. Dazu kommt die Verwindungsbahn. Ein ganz besonderer Härtetest für die rollende Festung. Diesen 60%-Hang muss der Survivor R gleich hoch und auch wieder hinunterfahren. Sehr extreme Belastung. Der ganze Rahmen wird so dermaßen verbunden. Also privates Fahrzeug würde einfach eine Mitte durchbrechen. Der Survivor R hat jetzt die Startfreigabe für den Militär-Testparcours erhalten. Beim Fahrer erhöht sich ab sofort der Stresslevel. Zuerst muss die Kampfmaschine die Verwindungsbahn durchfahren. Jetzt kommt erst die Verwindung. Die Verwindung ist eigentlich mal eingeführt worden für Kettenfahrzeuge. Jetzt kann ich während der Fahrt meine Sperre einlegen und einmal in den Geländegand gehen. Und das ist eine Verwindung. Jedes zivile Fahrzeug würde in der Mitte komplett durchbrechen. Konzentration ist jetzt alles. Hände ans Lenkrad und langsam durch die Verwindungsbahn. Vorsichtig tastet sich Klaus Dietrich nach vorne. Wie ein Wellenmuster schlängelt sich die Verwindungsbahn über den Boden. Eine Folter für Rahmen und Achsen. Wir haben immer permanenten Allradantrieb. Wir sperren eigentlich nur das Verteilerbetrieb. Bei schwerem Gelände würde ich dann die Hinterachse und Vorderachse noch sperren können. Das Fahrwerk ist nun einer extrem starken Belastung ausgesetzt. Der Survivor R ächzt unter der Tortur. Trotz der martialischen Geräusche darf der Fahrer nicht in Panik geraten. Auf keinen Fall sollte er versuchen, die Verwindungsbahn schnellstmöglich zu durchqueren. Ständig hängt irgendein Rad in der Luft. Doch dank des permanenten Allradantriebs kommt der Survivor R sicher durch die Verwindungsbahn. Fahrzeuge, die diesen Parcours meistern, sollten später im harten Einsatz keine Probleme haben. Der direkte Vorgänger des Survivor R ist der Sonderwagen 4. Thyssen Maschinenbau entwickelt Anfang der 80er Jahre ein neues gepanzertes Fahrzeug. Den TM-170, den späteren SW-4. Zwischen 1984 und 1987 werden rund 600 Fahrzeuge an den BGS geliefert. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern SW-1 und SW-2 operiert der SW-4 nicht mehr im Verband mit anderen Sonderwagen. Stattdessen bildet er gemeinsam mit Wasserwerfern eine sogenannte geschlossene Einheit. Besonders gefragt ist er nach wie vor beim Bergen von verletzten Polizisten. Diese werden im Schutz ihrer Kollegen schnellstmöglich mit dem Sonderwagen aus der Gefahrenzone gefahren. Auch beim Räumen von Straßensperren oder Barrikaden kommt der SW-4 zum Einsatz. Eine weitere Aufgabe von Polizeisonderwagen ist der Einsatz an gefährdeten Objekten, wie Flughäfen, Botschaften und bei Staatsbesuchen. Dabei setzt die Polizei insbesondere auf Präsenz- und Kontrollmaßnahmen. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern verfügt der SW-4 nicht über einen permanenten, sondern einen zuschaltbaren Allradantrieb. Dadurch ergeben sich sehr gute Fahreigenschaften auf der Straße und im Gelände. War der Angriff mit Molotow-Cocktails bei seinen Vorgängern noch sehr gefürchtet, bietet der SW-4 durch seine komplett geschlossene Bauweise einen ausreichenden Schutz, auch gegen ballistische Angriffe. Dieses Fahrzeug ist gegen Langfeuerwaffen bzw. Handfeuerwaffen bestens geschützt. So eine Kleinigkeiten wie zum Beispiel Molotow-Cocktails, wenn die das Fahrzeug treffen, machen dem Fahrzeug überhaupt nichts aus. Die Beamten, die mit diesem Fahrzeug in den Einsatz fahren, können sich schon sicher fühlen. Wie schon sein Urahn von 1919 kann auch der SW-4 bei Bedarf die gesamte Gangschaltung aus der Vorwärts- in die Rückwärtsfahrt schalten. Das macht einen schnellen Rückzug aus Gefährdungssituationen möglich. Im Gegensatz zum SW-1 und 2 verfügt der Sonderwagen 4 über ein hydraulisches Räumschild. Der Sonderwagen 4 ist mit Sicherheitsreifen ausgestattet. Auch bei Reifenschäden ist ein Weiterfahren mit verminderter Geschwindigkeit bis zu 70 Kilometer weit möglich. Der Unterboden ist zusätzlich gegen Fremdeinwirkungen wie Minen oder Feuer geschützt. Wir haben hier auch Panzerglas-Scheiben. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, wenn es der Einsatz erfordert, dass wir hier von innen die Schutzklappen betätigen können. Diese werden dann elektromechanisch aufgefahren, beziehungsweise nach oben geklappt, sodass das Fahrzeug rundum gepanzert ist. Fahrer und Kommandant haben durch die schusssicheren Front- und Seitenscheiben gute Sichtverhältnisse. Bei geschlossenen Klappen stellen je drei Winkelspiegel die Sicht- und Beobachtungsmöglichkeiten für Fahrer und Kommandant sicher. Diese Klappen würden dann zum Einsatz kommen, wenn zum Beispiel ein Bewurf mit Fahrbeuteln, Molotow-Cocktails oder eben doch massiver Steinwurf vorhanden ist. Der Sonderwagenkommandant ist jedoch zusätzlich auf die Umgebungsbeobachtungen der restlichen Besatzung angewiesen. Dazu befinden sich in den Seitenwänden und Seitentüren Sichtluken. Fahrzeug bietet Platz für neun Beamte als Besatzung. Wir haben hier einmal den Kraftfahrer, auf der gegenüberliegenden Seite den Kommandanten. In der Mitte befindet sich der Beamte, der den Mehrzweckaufsatz bedient. Auf diesem Mehrzweckaufsatz besteht die Möglichkeit, ein Maschinengewehr G8 aufzubauen. Des Weiteren haben wir dann Platz für sechs Beamte, sodass dieses Fahrzeug einschließlich Kraftfahrer insgesamt neun Beamte aufnehmen kann, die dann auch während der Fahrt sitzend gesichert sind. Das Gewehr G8 entwickelte die Firma Heckler & Koch speziell für den Polizeibedarf. Die Umrüstung auf die neue Waffe ist 1985 abgeschlossen. Mit dem G8 sind Einzelschüsse, Feuerstöße oder Dauerfeuer mit einer Feuergeschwindigkeit von 800 Schuss pro Minute möglich. Wenn das G8 komplett eingebaut ist und die Feuerbereitschaft hergestellt wurde, dann wird natürlich oben der Turm verschlossen und die Bedienung des Gewehrs erfolgt über die Einrichtung am Turm. Wir haben hier die Möglichkeit, den Turm nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten zu drehen. Die Neigung der Waffe kann ja eingestellt werden und die Abfeuerung erfolgt über die dort oben befindliche Feuereinrichtung. Die Polizisten können auch von innen herausschießen. Dafür ist in den Seitenwänden und in der Hecktür jeweils eine Kugellafette vorhanden. Wir haben außer das G8 auch die Möglichkeit, an den Seitenlafetten Maschinenpistolen zu befestigen. Es ist über diese Lafetten dann möglich, aus dem Fahrzeug entweder im Seiten-, Heck- oder Turmbereich die Schusswaffe anzuwenden, sodass eine gute Außenwirkung, wenn es die Lage erfordert, erzielt werden kann. Der Motor ist im Frontbereich des Panzerwagens untergebracht. Der Daimler-Benz-Motor hat einen Hubraum von knapp 5700 Kubikzentimetern und leistet 168 PS bei einem Verbrauch von 23 Litern auf 100 Kilometer. Der Sonderwagen 4 ist aktuell noch im Polizeieinsatz. Doch sein Nachfolger, der Survivor R, steht schon in den Startlöchern, um ihn nach und nach zu ersetzen. Doch wie schlägt sich der mehr als 30 Jahre alte Sonderwagen im Gelände? Immerhin hat er Allradantrieb, eine Bodenfreiheit von knapp einem halben Meter und eine Steigfähigkeit von unglaublichen 80 Prozent. Gemeinsam mit der Berliner Polizei geht es für zwei Sonderwagen 4 in ein anspruchsvolles Gelände, um dort Gräben, Hindernisse und rutschige Untergründe zu durchqueren. Dieser Test ist ziemlich einmalig und etwas ganz Besonderes, denn das eigentliche Terrain des SW4 ist die Straße. Allerdings finden Demonstrationen und Blockaden auch im Wald oder ländlichen Gebieten statt. Dort muss der SW4 schnell und wendig sein. Ein ganz besonderes Führungsfahrzeug begleitet die beiden SW4 auf ihrem Weg zum Geländeparcours. Es ist der Sonderwagen 3. Auf der bewährten Technik der Mercedes-Benz Geländewagen wird 1978 der Sonderwagen entwickelt. Er wird von einem Sechszylinder-Motor mit 156 PS angetrieben, wiegt gute drei Tonnen und fährt bis zu 150 kmh schnell. Entwickelt wird das Fahrzeug ursprünglich für das Militär. Anforderungen für den Wagen sind Geländetauglichkeit unter schwersten Bedingungen, Zugkraft und Langlebigkeit. Auch die Polizei hat starkes Interesse an dem Geländewagen. Mercedes hatte den Auftrag bekommen, hier etwas zu entwickeln, wo wir auch geschützt an einen Einsatzfonds heranfahren können, wo wir geschützt aus diesem Fahrzeug heraus die Schusswaffe einsetzen können. Und es musste flexibel sein, das Fahrzeug. Etwas größer als ein Pkw. Und da hat sich das natürlich Anfang der 80er Jahre angeboten, dass man dieses Fahrzeug anschafft. Der Sonderschutzaufbau besteht aus Panzerstahl und ist für die Aufnahme einer Waffenanlage vorbereitet. Aus dem Inneren des Fahrzeugs ist ein Waffeneinsatz mit der Polizeiwaffe MP5 möglich. Dieses Fahrzeug hat eine Besatzung von drei Beamten. Einmal der Kraftfahrer, der Kommandant und hinten der Schütze. Der hatte auch eine Möglichkeit, mit der Maschinenpistole MP5 hier herauszuschießen, aus dieser Kuchellafette. Und fest eingebaut einer MP5 hier in diesem Turm. Das heißt, er konnte von dort aus Punktschießen, ganz haargenau. Das war damals schon ein echter Fortschritt. Ein beliebtes Fahrzeug natürlich auch mit über drei Tonnen Eingewicht. Es musste also hier auch eine Sonderausbildung durchgeführt werden mit dem Beamten. Nicht nur die Fahrweise, sondern auch gerade das Schießen aus diesem Fahrzeug. Die MP5 von Heckler & Koch wird bis heute hauptsächlich von Polizei und Spezialeinheiten weltweit eingesetzt. Ein Magazin fasst 30 Patronen. Möglich ist Einzel- oder Dauerfeuer. Die Panzerung ist also so ausgelegt, dass also dieses Fahrzeug mit Langwaffen beschossen werden kann. Und genauso ist hier dieses Sicherheitsglas. Und man merkt also hier, wenn man die Tür aufmacht, das wiegt schon einiges. So, dass man also hier auch das Gefühl hatte, man ist gesichert. Seine Eigenschaften erfüllen die Voraussetzungen, welche an die kleine Lösung eines neuen Sonderwagens gestellt werden. Ausgestattet mit einer Polizeifunkanlage kommt der SW3 vorwiegend im Objekt- und Personenschutz zum Einsatz. Besonderheit von diesem Fahrzeug ist natürlich, dass die Fahrzeugtüren in der Öffentlichkeit immer geschlossen sein müssen. Aus Sicherheitsgründen. Und um eine Kontaktaufnahme von außen nach innen oder von innen nach außen, ist hier eine Lautsprecheranlage drin mit einem Mikrofon. Und dieses Mikrofon geht dann hier die Sprache nach außen. Hier ist ein kleiner Lautsprecher angebracht, hier unten. Und ein Mikrofon, so dass der Kommandant oder der Kraftfahrer mit dem Bürger, der außerhalb von diesem Fahrzeug steht, korrespondieren kann. Das ist also ganz wichtig. Die Türen müssen in der Öffentlichkeit immer geschlossen sein. Denn ein Angriff auf einen Sonderwagen ist eine Schwachstelle, eine offene Tür. Ausgemustert wird der Sonderwagen 3 bei der Berliner Polizei im Jahr 2004. Dem Museumsstück steht heute ein ganz besonderer Härtetest bevor. Zusammen mit zwei SW4 geht es von Berlin nach Brandenburg. Hier werden die Polizeisonderwagen den Kampf mit dem harten Terrain aufnehmen. Ab jetzt übernimmt ein Bundeswehrfahrzeug die Führung. Was sie hier erwartet, ahnen die Besatzungen der Polizeisonderwagen nicht. Sofort kommen sie an ihre Grenzen. Bernd Maas kämpft im 3-tonnen-schweren SW3 mit dem extremlosen Untergrund. Das Fahrzeug gerät ins Schlingern und lässt sich kaum beherrschen. Ähnlich geht es den Besatzungen der Sonderwagen 4. Die Männer kämpfen sich mit ihren Fahrzeugen durch den Wald. Die Polizeisonderwagen erwartet jetzt einer der größten und härtesten Truppenübungsplätze der Bundeswehr. Hier üben normalerweise Kettenfahrzeuge, Feuerwehren und Katastrophenschutz den Einsatz im Gelände. Loser Sand, der sich bei Regen zur Schlammfalle entwickelt. Steilauf- und Abfahrten, die ohne Seilwinde kaum zu bewältigen sind. Und völlig unübersichtliche Strecken. Bleibt einer der tonnenschweren Sonderwagen im Gelände stecken, hilft nur noch schweres Bergegerät der Bundeswehr. Oder die Polizeifahrzeuge müssen sich gegenseitig herausziehen. Den Anfang macht der Sonderwagen 3 mit Bernd Maas am Steuer. Die G-Klasse gilt als eines der geländegängigsten Autos überhaupt. Doch der schwer gepanzerte Sonderwagen bringt drei Tonnen auf die Waage und ist mit Straßenreifen ausgerüstet. Langsam wühlt sich der Geländewagen durch die unwegsamen Sandkohlen und schlingert hin und her. Schnell ist klar, für schweres Gelände ist der Sonderwagen 3 nicht gemacht. Seine Aufgaben sind ganz klar der Objekt- und Personenschutz auf Asphalt. Jetzt macht sich Polizeioberkommissar André Schwarz mit seinem Sonderwagen 4 bereit. Der Polizist kontrolliert ein letztes Mal die Technik seines 10 Tonnen schweren Ungetüms, bevor er es der starken Belastung auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr aussetzt. Dieser SW4 wird immer noch von der Berliner Polizei eingesetzt. Dazu gehören auch Geländefahrten, zum Beispiel bei Demonstrationen in Wäldern. Ich habe jetzt mal das Allradsystem zugeschaltet, weil das Gelände doch sehr schwergängig ist, beziehungsweise sehr weich im Untergrund. Die Übersetzung ist ein bisschen größer, sodass der Grip in diesem losen Sand besser ist für das Fahrzeug, sodass ich wieder vorwärts komme. Als erstes geht es für das 30 Jahre alte Fahrzeug den 60% steilen Hang hinunter. André Schwarz muss hier hochkonzentriert fahren und mit der Motorbremse arbeiten, denn so ein extremer Steilhang ist eine Herausforderung für Mensch und Material. Ja, vorsichtig buxiert er sein Fahrzeug den steilen Weg hinab. Diesen Teil des Tests hat der SW4 gut gemeistert. Doch gleich darauf schließt sich ein extrem loser Sandbereich an. Wenn ich stehen bleibe, dann besteht die Gefahr, dass ich dann nicht mehr wegkomme, dass ich mich dann quasi mit allen vier Rädern eingrabe. Dann kann ich noch probieren, dass ich mich mit dem Schwertreferenzial wieder raushole. Ansonsten wird das echt schwierig, dann müssen wir unsere Seilwinder, die wir haben, hinten in Anspruch nehmen und uns selber rausziehen. Für diesen Zweck ist der SW4 am linken Fahrzeugeck mit einer hydraulisch angetriebenen Seilwinde ausgestattet. Sie besitzt ein 40 Meter langes Stahlseil und hat eine extrem starke Zugkraft. Den harten Geländeeinsatz meistert der Sonderwagen 4 problemlos. Doch Polizeioberkommissar Schwarz erinnert an den eigentlichen Einsatzzweck des SW4. Der Hauptbestandteil ist es bei unfriedlichen Demonstrationen, dass wir mit unserem Räumschild, was wir vorne bei Bedarf anbringen können, Hindernisse von der Fahrbahn räumen können, im Zusammenhang mit einem Wasserwerfer oder mit einer Wasserwerferstaffel, sodass also für Polizeifahrzeuge die Fahrbahn frei macht wird. So, und ansonsten, der zweite ist bei Staatsbesuchen, gerade Gefährdungsstufe 2, da wird das Fahrzeug auch sehr gerne mal angefordert, jedenfalls auch mit Turmwaffe. SW4 sind mit einer als Mehrzweckaufsatz bezeichneten Waffenanlage ausgestattet, die den wahlweisen Einbau des Gewehrs G8 oder einer Maschinenpistole MP5 zulässt. Der SW4 pflügt durch das Gelände. Egal ob ihm große Steine, Äste oder Sandkuhlen vor die großen Geländereifen kommen, ungerührt wuchtet das Unimog-Fahrwerk den Polizeisonderwagen vorwärts. Eine perfekte Geländeperformance ist das eine, doch besonders die Panzerung hat die Polizeibeamten in der Vergangenheit vor einigen Angriffen geschützt. Das ist Zwillenbeschuss. Also bei unfriedlichen Demonstrationen hat man also mit einer Zwille auf dieses Fahrzeug geschossen. Und da ist die erste Lagescheibe defekt. Eine aktuelle Studie zeigt, die Angriffe gegen Polizisten sind in den letzten Jahren extrem angestiegen. Zwillenbeschuss oder Steinhagel. Polizeioberkommissar André Schwarz hat schon einiges erlebt. Also ich sag mal, das kommt jetzt immer darauf an. Also ich bin jetzt nicht erst seit gestern dabei, also ich mach das schon 30 Jahre. Und da flog ganz andere Sachen gegen andere Fahrzeuge. Also auf Zwillenbeschuss durch Gruppenwagen. Also auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder raus. Das kenn ich auch. Von daher, ja es knallt ein bisschen und dann ist auch gut. Der Belastungstest auf dem Bundeswehrtruppenübungsplatz hat gezeigt, für jeden Polizeieinsatz braucht es das passende Fahrzeug. Internationaler Terrorismus, immer skrupellosere Gegner und eine neue Generation von Schusswaffen lassen den Sonderwagen 4 nach mehr als 35 Dienstjahren an seine Grenzen stoßen. Diesen Herausforderungen stellt sich nun der neuste Polizeisonderwagen, der Survivor R. Sehr extreme Belastung. Der ganze Rahmen wird so dermaßen verwunden. Also privates Fahrzeug würde einfach eine Mitte durchbrechen. Nun wird es ernst für den Survivor R. Auf ihn und seinen Fahrer Klaus Dietrich wartet die nächste große Herausforderung, der 60-Prozent-Hang. Diesen muss der Sonderwagen hinauf und auch wieder hinunterfahren. Schafft der Survivor R nicht, die Extremsteigung zu erklimmen, muss sein Fahrer den 13 Tonnen schweren Sonderwagen langsam wieder zurückrollen lassen. Wenden ist auf dem Hang nicht möglich. Dazu ist die Fahrbahn zu schmal. Zudem könnte das Fahrzeug auf die Seite kippen. Hoch konzentriert fährt Klaus Dietrich mit Allradantrieb und gesperrten Achsen den Hang an. Ohne aufzusetzen, zeigt die Fahrzeugfront Richtung Himmel. Durch das extrem hohe Drehmoment des Dieselmotors fährt der Survivor R souverän und ohne Radschlupf den Hang hinauf. Der 60-Prozent-Hang müssen wir jetzt auch wieder runter. Der große Sechszylindermotor grummelt gelassen vor sich hin. Im Kriechgang fährt Klaus Dietrich den steilen Berg nun hinunter. Der Körper wird nach vorne gezogen. Ein enormer Belastungstest für Mensch und Maschine. Plötzlich bleibt das Fahrzeug stehen. Das Fahrzeug ist so ausgelegt, dass ich im 60-Prozent-Tag anhalten kann. Meine Bremse einlegen, Gang raus und bleibe stehen. Und das könnten wir jetzt hier eine ganze Weile durchhalten. Vorsicht, es geht wieder abwärts. Wie gesagt, das ist eine unheimliche Belastung für so ein Fahrzeug. Das muss das Fahrzeug eigentlich mehrere hundert Kilometer aushalten. Der Survivor R hat den Test perfekt gemeistert. Aufgrund ständig wachsender terroristischer Bedrohungen und immer gewalttätigeren Gegnern werden maßgeschneiderte Polizeisonderwagen benötigt. Ihre Geschichte geht zurück bis in das Revolutionsjahr 1919. Dem Jahr, in dem der erste Polizeisonderwagen zum Einsatz kam. Wenn man dann angekommen ist, sind die Panzer auch wirklich im Kampf eingesetzt worden. Wir reden wirklich davon, ranzufahren, das Feuer zu öffnen oder sogar durchzufahren. Die Fahrzeuge sind dafür designt, von der Rahmenkonstruktion her durchbrechen zu können, durch Barrikaden beispielsweise. Der Kalte Krieg erforderte eine neue Generation gepanzerter Polizeifahrzeuge. Heute Vergleichbares von diesem Typ gibt es nicht mehr. Und deswegen wird ja der neue Sonderwagen eingeschafft, der dann die Einsatzform, die wir mit diesem Fahrzeug hier bewältigen konnten, dass der Wagen das dann übernimmt. Über die Jahre steigt die Gewaltbereitschaft gegen Polizisten und erfordert verbesserten Schutz. So eine Kleinigkeiten wie zum Beispiel Molotow-Cocktails, wenn die das Fahrzeug treffen, machen dem Fahrzeug überhaupt nichts aus. Internationaler Terrorismus und gewaltsame Angriffe prägen viele Einsätze der Polizei. Bei unfriedlichen Demonstrationen hat man also mit einer Zwille auf dieses Fahrzeug geschossen. Ein Ende der Blutspur des Terrorismus ist nicht abzusehen. Für die Polizisten ist zu ihrem Schutz der Einsatz neuer Sonderwagen wichtig. Insbesondere die Kalaschnikow. Diese kann einfach die alte Panzerung der alten Sonderwagen durchschlagen. Den neuen Herausforderungen stellt sich nun der Survivor R. Wie auch seine Vorgänger zu ihrer Zeit den bestmöglichen Schutz bieten sollten, soll dieser Panzerwagen die Polizeikräfte heute sicher in den Einsatz und zurückbringen.